Die Beziehung zu meinem Kontrabass hat natürlich mein Leben geprägt. Ich habe mich halt in das Instrument verliebt und habe dann im Orchester begonnen zu arbeiten und das hat mich dann, also das Studium hat mich nach Wien gebracht und seitdem bin ich mit dem Instrument verwurzelt, wie mit einem guten Freund. Ein Instrument kann auch sehr launisch sein, zum Beispiel meine Geige jetzt gerade im Herbst wird ein bisschen launisch, deswegen muss ich sie sehr liebevoll behandeln.